Oh, sorry, sorry. Das war mit voller Absicht. Aber ich habe eure Aufmerksamkeit, oder? Ja. Okay, weil ich labere jetzt kurz, aber dann kommt die Action, okay? Okay. Alles klar. Bevor ihr dieses Video hier schaut, checkt erst mal ab, ob ihr zufällig in den letzten Wochen verpasst habt, wie aktiv wir waren. Auf diesem Kanal hier und auf dem Zweit-Channel kamen, nicht zuletzt dank der Patreon-Unterstützung, so viele Videos wie noch nie. Allerdings haben sich Kommentare unter neuen Videos gehäuft, die immer wieder vermuten lassen konnten, dass viele Abonnenten unsere letzten Videos schlichtweg nicht in ihrer Abo-Box gesehen haben. Facebook zum Beispiel hat einen Algorithmus, bei dem Posts von Fan-Seiten erst mal an ein paar Leute geschickt werden, um zu prüfen, ob sie gut ankommen, sprich gut geliked und geteilt werden. Wenn diese Test-Teilungen auf wenig Interaktion treffen, werden dann einfach nicht alle Liker der jeweiligen Seite über den Post benachrichtigt. Laut meinen Informationen hat YouTube ein ähnliches System, bei dem neue Videos von Kanälen, die längere Zeit inaktiv waren, so wie wir, nicht zu allen Abonnenten in die Abo-Box geschickt werden. Ein Abonnent, der in der Vergangenheit nicht jedes Video angeklickt hat, wird dann über neue Videos überhaupt nicht informiert. Da NostarafoTV der mit Abstand beste Kanal seit immer und ewig ist, konnte ich diese Frechheit natürlich nicht einfach auf mir sitzen lassen. Also dachte ich mir, ich beschwere mich einfach mal vor Ort bei Google. Und da mein Freund Peter, auf YouTube bekannt unter dem genialen Namen Krüppel2go, gerade rein zufällig auch nach Hamburg musste, bin ich einfach mitgefahren. Das pompös anmutende Hauptquartier des Großkonzerns konnte mich nicht einschüchtern. Und direkt nahm ich die Fährte nach Verantwortlichen auf, die ich zur Rede stellen konnte. Hörst du zu Google? Ja. Ich habe einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und meine Abonnenten bekommen teilweise die Videos nicht in die Abo-Box geschickt. Oh. Und kann ich mich da beschweren? Weil ich mache virale Hits und wenn die Leute aber die Videos nicht sehen, dann wären das keine virale Hits. Ich kann hier bei den Dritten einmal ausstrengen, das ist nämlich dein Franz. Okay, da gehe ich hin. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du hier da richtig bist. Ja, aber Google hat ja YouTube gekauft. Da müssen sie sich ja jetzt auch verantworten, wenn sowas passiert. Ja. Hier raus und dann rechts. Okay, danke schön. Wie sich herausstellte, bekommt man irgendwie nicht einfach ohne Anmeldung einen Termin bei Meister Google. Wer hätte das gedacht? Filmen konnte ich es leider nicht. Aber letztendlich fand ich kompetentes Fachpersonal, dem ich die Fragen stellen konnte, die in mir brannten. Hallo, ich habe einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und meine Abonnenten bekommen teilweise die Videos nicht in ihre Abo-Box geschickt. Und ich finde das relativ skandalös. An welcher Stelle kann ich mich darüber beschweren? Ja. Ich arbeite ja quasi für euch übertragen. Und ich sitze ja auf der Straße, wenn das so weitergeht und die Leute meine Videos nicht sehen. Da muss ja irgendwo ein Fehler vorliegen. Ähm, also ich würde vorschlagen, wir jetzt vor Ort können sie das machen. Ähm, schreiben Sie oder schildern Sie das Problem? Augenscheinlich wollte man die Ernsthaftigkeit der Situation nicht erkennen. Doch da es vielen Kanälen auf YouTube ähnlich geht wie uns und ich somit für meine Kollegen gerade Pioniersarbeit leisten musste, ließ ich nicht locker. Auf meine attraktiven Angebote zur Kompensierung meines Schadens wollte man scheinbar auch nicht eingehen. Ihr habt ja immer, wenn so spezielle Ereignisse sind, ist ja diese Google-Schrift immer so anders. Ne? Ja. Von der Suchmaschine. Vielleicht kann man die einfach mal so eine Woche lang in den Farben von meinem Kanal machen, dass man das gleich so verlinkt, damit die Leute wissen, okay, der Kanal ist wieder da, weil wir waren jetzt ein paar Monate inaktiv und jetzt sind wir wieder da. Ja. Vielleicht kann man das ja machen. Also, das kann man auch in eine Mail reinschreiben. Okay. Also als Vorschlag und dann, wenn das möglich ist, dann werden sie bestimmt hinbekommen und wenn nicht, dann halt nicht. Dann wies ich sie auf ein weiteres großes Problem der YouTube-Szene hin und bot direkt realistische Lösungsansätze. Also ich glaube halt auch, dass ein Teilproblem bei den Let's Playern liegt, weil die so viele Videos hochladen und dann Leute einmal in der Woche hochladen, das geht ja unter. Vielleicht kann man ja auch da ein Deal machen, dass man einfach zum Beispiel Kronx-Kanal mal irgendwie Monat deaktiviert, dass dann die Videos von den anderen besser angezeigt werden, weil der haut ja zehn Videos am Tag raus. Also, die werden das auf jeden Fall überlegen, also erstmal anschauen, dann überlegen, was sie da machen können und dann bekommen sie dann von dem schon eine Antwort oder einen Vorschlag, ein Angebot oder was auch immer. Ich hatte langsam das Gefühl, gegen eine Wand zu reden, also machte ich einen letzten Vorschlag, wie man mir adäquate Reparationszahlungen leisten könnte. Ja, da kann man sich bestimmt irgendwie einigen. Ich meine, unser Kanal-Banner sieht auch sehr hübsch aus. Vielleicht kann man das einfach hier für einen Monat an die Hausfassade hängen oder so, einfach, dass die Leute wissen, okay, die sind wieder da. Wirklich, also das... Das nicht? Nee, das leider... Sie dürfen hier nicht... Aber es würde sich gut machen. Ich hab dir das Haus angeguckt, sieht ein bisschen trostlos aus. Das macht nichts. Ja, aber das ist, genau, das ist leider... Das ist wirklich nicht möglich. Diese Unbereitschaft für einen Kompromiss fand ich empörend. Ich verließ das Büro und beschloss, meinem Protest Nachdruck zu verleihen. Hi, guten Tag, ich bin gleich fertig. Du Suchmaschinen-Web-Gigant, hättest YouTube fest in deiner Hand. Für einige kam dir die Übernahme viel zu schnell. Doch da ich keine Veränderung scheu, war ich dir stets loyal und treu. Also warum tusten wir das an, Helm? Google, 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 bitte nimm mir nicht meine Views. Google, 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 sonst sing ich dir bei den Arbeitslosen-Blues. Hallo. Ist gut, oder? Danke. Einmal noch. Ihr seid doch so ein Weltkonzern, intelligent und hochmodern und erkennt Potenzial, wenn es vor euch steht. Ich mach wöchentlich... Was? Du gehörst zu Google? Ich mach wöchentlich einen viralen Hit, doch grad bekommt das keiner mit. Die ganze Kohle, die euch dadurch grad entgeht. Google, 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 bitte nimm mir nicht meine Views. Google, 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 sonst sing ich dir bei den Arbeitslosen-Blues. Danke. Wollt ihr runterkommen, euch bei der Demonstration beteiligen? Shit. Auch die vielen Schaulustigen, die ich durch meinen Engelsgesang in meinen Bann zog, waren zu eingeschüchtert von der weitreichenden Macht des Großkonzerns und trauten sich nicht, in mein Klagelied einzustimmen. Doch ich ließ mich davon nicht aufhalten und holte zum finalen Schlag aus. Gehören Sie zu Google? Ich beschwär mich grad bei den Jungs, wollen Sie sich vielleicht zur Demo dazustellen? Bitte erhört meine Not, ihr nehmt mir grad mein täglich Brot. Googelt lieber meinen Namen aber prompt. Die Ignoranz ist bald vorbei, dann überhol ich PewDiePie. Und wir wissen beide, wer dann angekochen kommt. Guter Text. Guter Text, weil er wahr ist. Doch trotz all meiner Bemühungen schien mein Protest auf taube Ohren zu treffen. Etwas betreten kehrten wir die Heimreise an. Doch schon wenige Tage später bemerkte ich eine Veränderung auf YouTube. Still und heimlich wurde eine neue Funktion eingeführt. Einen kleinen Button, den man drücken konnte und somit benachrichtigt wird, wenn der jeweilige Kanal ein neues Video hochgeladen hat. Ich hatte es geschafft. Die Gerechtigkeit hatte mal wieder gesiegt. Welch ein Triumph für den Otto-Normal-Verpaucher. Wieder einmal hat ein Machtmonopol merken müssen, dass es nur so lange alles mit uns machen kann, wie wir es uns gefallen müssen. Wieder einmal hatte Nosterrafo TV YouTube ein klein wenig besser gemacht. Abschließend ist es jetzt wohl noch Zeit für ein bisschen Real Talk. Ob ihr es jetzt nun mitbekommen habt oder nicht, aber der Output in der letzten Zeit hat so eine ungefähre Vorstellung gegeben von dem, was wäre, wenn Nosterrafo TV zum Vollzeitprojekt für mehrere Leute mutiert. Der Support von euch dahingehend war auf jeden Fall um einiges größer als erwartet. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein richtig fettes Dankeschön! An zum Beispiel Matze! Matze! Stefan! Dion! Dion! Jan! Jan Stucke! Jan Stucke! Anton! Stefan! Jona! Aber auch Leute, die uns nicht finanziell unterstützen, sind immer mit Feedback und Rückhalt am Start. Deswegen auch nochmal ein allgemeines Danke für das ultra positive Aufnehmen unserer letzten Videos. Da das Geld aktuell natürlich noch nicht für mehrere Personen reicht, könnte es wohl erstmal wieder etwas weniger werden. Wir geben uns aber die größte Mühe, maximal produktiv zu sein. Wer trotzdem weiterhin supporten will, ist gern dazu eingeladen. Seid euch sicher, dass jeder einzelne Cent hilft. Das Geile am Patreon ist auf jeden Fall eine gewisse Unabhängigkeit von YouTube-Klicks. Meine ganze Google-Beschwerde war ja jetzt nicht ganz so ernst gemeint, aber der große Kontrast zwischen Abonnenten und tatsächlichen Zuschauern, der halt nicht nur unseren Kanal betrifft, ist tatsächlich etwas suboptimal. Also danke für jeden, der uns supportet. Vielleicht reicht es ja doch irgendwann für mehrere, bis wir was besseres finden, damit wir nicht jahrelang auf Geld von Spendern angewiesen sind. Wenn sonst die Tage ein bisschen weniger kommen, kann es auch damit zusammenhängen, dass wir gerade an ein bisschen größeren Sachen werkeln. Außerdem musste ich eingestehen, dass meine Meinung zu Merchandise, die ich im Patreon-Ankündigungsvideo noch hatte, doch vielleicht ein bisschen zu hart war. Also werden wir das wohl auch demnächst irgendwie angehen. Allerdings nicht das typische Verfahren über irgendwelche Spreadshirt oder ähnliche dritte Seiten, sondern hausgemacht in einem lokalen Laden in unserer Heimatstadt. Das ist dann wesentlich persönlicher, man kann die Qualität gewährleisten und man zieht nicht die Käufer ab, weil die jeweilige Website sich dann den goldenen Arsch dran mitverdient. Für die Motive und Designs haben wir auch schon die ein oder andere kreative Idee. Also lasst euch einfach überraschen, was da in den nächsten Wochen kommt. So, das war jetzt erstmal ein etwas anderes Infovideo. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das fandet. Ich hätte durchaus Bock, nochmal was in die Richtung zu machen. Überhaupt, danke für jedwedes Feedback. Wenn ihr bei Patreon nicht weitermacht, lasst uns bitte wissen, warum. Wenn ihr ein Video disliket, dann lasst uns bitte wissen, warum. Die Interaktion mit den Zuschauern ist, was YouTube so gut macht. Und gleichzeitig kann sie dafür sorgen, dass wir noch besser werden. Auch wenn das kaum noch möglich ist. Auf jeden Fall sehen wir uns wie gewohnt in den Kommentaren, wo ich wie immer gerne auf Fragen eingehe. Das war's. Danke fürs Schauen und Peace! Das war jetztier. Gee mir die Kamera aus. Die Kamera ist ein blockader. Hier habe sie mich Golden. erel. Vielen Dank.